Bill Kaulitz, Mark Eggers Kuss und Timmys Bergdoktor Romanze In den letzten Wochen sorgte Bill Kaulitz, der Frontman der erfolgreichen Band Tokyo Hotel, für Aufregung in den sozialen Medien, als er seinem Freund Mark Eggers auf einem Event einen leidenschaftlichen Kuss gab. Dieses überraschende Ereignis hat nicht nur die Fans der beiden in Aufregung versetzt, sondern auch die Klatschpresse in Alarmbereitschaft versetzt. Die Bilder des Kusses gingen schnell viral und sorgten für zahlreiche Spekulationen über die Art ihrer Beziehung. Der Kuss zwischen Kaulitz und Eggers fand während einer Party in Berlin statt. Augenzeugen berichteten, dass das Paar offensichtlich in bester Stimmung war. Man konnte sehen, wie sie miteinander lachten und sich angeregt unterhielten, bevor es zu dem emotionalen Moment kam. Die beiden scheinen nicht nur gute Freunde zu sein, sondern auch eine tiefere Verbindung zu teilen, was die Neugier der Öffentlichkeit weiter anheizt. Die Fans von Tokyo Hodel und Mark Eggers zeigten sich begeistert und haben die beiden in den sozialen Netzwerken gefeiert. Die sozialen Medien waren nach der Veröffentlichung der Fotos regelrecht explodiert. Nutzer äußerten sich überwiegend positiv und unterstützend zu der unerwarteten Zuneigung zwischen den beiden Männern. Manche sehen in der Beziehung sogar eine Art Vorbildfunktion, da sie dazu beiträgt, die Akzeptanz von gleichgeschlechtlichen Beziehungen in der Öffentlichkeit zu fördern. Kaulitz und Eggers stehen in der deutschen Unterhaltungsbranche für Authentizität und Offenheit, was in der heutigen Zeit von großer Bedeutung ist. Während der Kuss unter den Fans für Begeisterung sorgt, gibt es auch kritische Stimmen, die die Öffentlichkeit auffordern, die Privatsphäre der beiden zu respektieren. Es wird wieder einmal deutlich, dass die Presse und die Fans in das Privatleben ihrer Idole eingreifen, was zu einem Spannungsfeld zwischen öffentlichem Interesse und persönlichem Raum führt. In einem Interview äußerte sich Bill Kaulitz zu diesen Themen und betonte, wie wichtig es für ihn sei, sich selbst treu zu bleiben und sich nicht von äußeren Meinungen beeinflussen zu lassen. Doch die Nachrichten rund um Bill Kaulitz und Mark Eggers endeten nicht mit dem Kuss. Auch die Beziehung von Timmy, dem Schauspieler und Bergdoktor, zu einer neuen Flamme sorgte für Aufregung. Timmy, bekannt aus der beliebten Serie Der Bergdoktor, wurde kürzlich in einer gemütlichen Restaurantszene mit seiner neuen Partnerin gesichtet. Es wird berichtet, dass er den Abend intensiv genoss und die Chemie zwischen ihnen unverkennbar war. Freunde des Paares äußerten sich dahingehend, dass Timmy sehr glücklich sei und eine ernsthafte Beziehung mit seiner Partnerin anstrebe. Die öffentliche Wahrnehmung von Timmy und seiner Romanze wird durch die Popularität der Serie, in der er spielt, noch verstärkt. Die Fans zeigen großes Interesse an seinem Privatleben und die Berichterstattung darüber ist eine Art Begleitmusik zur Serie selbst. Über soziale Medien und Online-Plattformen wird das Geschehen intensiv verfolgt, was sowohl Chancen als auch Herausforderungen für die Beteiligten mit sich bringt. Ein Vergleich zwischen den beiden Männern und ihren Beziehungen lässt sich nicht vermeiden. Während Bill Cowlitz mit Mark Eggers offen umgeht, zeigt Timmy eine subtilere Herangehensweise an seiner Romanze. Jeder von ihnen hat seine eigene Art, mit der Öffentlichkeit umzugehen und das Interesse an ihrem Leben zu steuern. Diese Unterschiede könnten nicht nur die Art und Weise beeinflussen, wie die Fans auf sie reagieren, sondern auch, wie sie in den Medien wahrgenommen werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl Bill Cowlitz als auch Timmy durch ihre Beziehungen zu Mark Eggers und seiner neuen Partnerin die Klatschpresse und die sozialen Medien weiterhin beschäftigen werden. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Dynamik ihrer Beziehungen entwickeln wird und inwieweit sie ihre Karrieren und ihr persönliches Leben miteinander vereinbaren können. Autor Anita Farke, Freitag, 26. Juli 2024.